Oh, nicken! Wo sind die Hände? Wo sind die Hände? Ah! Hip-Hop-Leb! 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 Aber du bist tot! Das ist Schichtbetrieb im Folterkeller, Teil 2, High-Five! Schön, dass ihr dabei seid! Die ganze Schickeria landet in unserem Keller, für sie wird es dunkel und draußen wird es heller! Schichtbetrieb im Folterkeller, Teil 2, High-Five! Schön, dass ihr dabei seid! Erstmal alleine rauchen, kriegt ja keiner mit und dann setzen wir an für den letzten Stil! Es heißt Schichtbetrieb im Folterkeller, die Chirurgen sind zurück, wir verkaufen Leichenteile wieder, Stück für Stück. Bin Castellano und Ash-Honne-Johr, wir machen Promotion für unseren Organ-Handels-Store. Foltergeräte TÜV geprüft, wir garantieren die Qualität, überzeugen unsere Opfer durch unsere Brutalität. Gut gequält, gefehlt oder auch zersägt auf dem elektrischen Stuhl, sitzt man doch gerne sehr bequem. Wir sind Profis, brechen dir Mark und Bein, echte Handarbeit wird dein Gehirn an der Wand verteilt. Weil die Polente von uns die falschen Indizien bekommen, sind die scheiß Bulle nicht auf unsere Schliche gekommen.